Brems- oder Grip-Bonus am besten Mehr kriege ich da Hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten Gameplay auf dem neuen Kanal Let's Play Boss, ich bin der Summer Gamer 14 oder 1 von Nozomi und ähm ja ihr seht im Hintergrund The Crew das neue Autorunzspiel, beziehungsweise das fast neue Autorunzspiel, das ist jetzt ja eigentlich schon 5 oder 6 Tage schon her, ne, ist schon schlimm ne, also ungefähr 7 Tage ja genau eine Woche ist es her und ähm ja ich werde hier leider nur einige Gameplays immer machen